Bei New Japan bekam man in den vergangenen Monaten immer wieder Vignetten zu sehen, welche einen bis dato unbekannten Wrestler ankündigten. Die Antwort auf die Frage, um wen es sich hier handelt, hat man mittlerweile bei Dontaku erhalten. Nach der erfolgreichen IWGP World Heavyweight Titelverteidigung sahen wir die Rückkehr des nun ehemaligen Young Lions Yota Tsuji, welcher seine Absichten direkt klar machte. Nachdem er alle der Just Five Guys attackierte, verkündete er, dass er der nächste Herausforderer auf den Titel von Zanada sei. Fortan gehörte er allem Anschein nach den Los Ingo Bernales der Japon an und wird am 4. Juni bei New Japan Pro Wrestling Dominion in der Osaka-Yo Hall sein großes Titelmatcher halten. Die komplette News findet ihr auf www.wrestling-infos.de Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal!